Servus! So, dann machen wir mal weiter hier. Das müssten ja theoretisch die Details sein. Und dann könnten ja schon die aus den Stänen kommen, oder? Oder kommt da noch drauf? Ich denke mal, hier wird nochmal eine mit der Geschichte drauf kommen. Oder die Stänen? Ja stimmt, hier wird nochmal eine mit der Geschichte drauf kommen. Die werden hier, aber das ist aber keine Stabilität des Stochopolis. Das kannst du doch hier genau drauf setzen. Das kannst du doch hier genau drauf setzen. Das kannst du doch hier genau drauf setzen. Das kannst du doch hier? Ich sch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also nochmal Beton, bitte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Könnte ich mich doch verschätzt haben. Ich glaube ich brauche meine. Nein, das reicht leider doch nicht. Mist. Nuggets hat es doch nie gereicht. Hier sollen wir mal eine anstellen. Hey. Ich bin ja. Pidwoszec. 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 So, c'est jeûne. Ich schaue mal. Brauchste da oder? Stimmt. Ah ne, ich schlau ich brauche wieder. Gehen bitte. Wir kippen es mal rein. Wir gucken mal. So. Dann machen wir jetzt. Was brauchen wir denn jetzt verstehen? Wir brauchen... Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Naja. Naja. So. Sehst du wie ein Fenster du hast? Nö. Gut. Dann haben wir mal. Erstmal das Zeug verkaufen. So. Betragende Wände. Nee. So. Mehr kann ich nicht. Okay. Dann... ... Wie viel Fliegeplatte? Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Nö. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Du weißt ja. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Dann knowledgeable. Eberywie! Und ich hab's ja gesagt. Das ist Foxt! Das ist gespielt. Ich kann schon mal wissen. So. Dann schna mal. Wenn wir zusammen schnaße. Dann schna Download es mir zur nächsten Seite, Das torner mach. Dann schnapp nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, good. Okay. Jetzt ist die Rücke. Du kannst die Rücke stellen. Wollen wir auf dieser Rasentür? Nein, das ist das größte Fenster. Das ist der Eingangstür. Hier ist der Eingangstür. Hier ist der Pool. Hier ist der Eingangstür. Hier ist der Eingangstür. Okay, dann ist der Salze. Hier ist der Eingangstür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, it's left a little. So. 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 Das war's. Noch haben wir was auf der Kelle. Mal sehen. Schauen wir, das reicht jetzt nochmal für die Bohren. Schauen wir mal für die Bohren. Ich habe jetzt gleich die Hälfte verballert. Ich bin noch nicht mal auf der Deckenhöhe. Vor Zwischendeckenhöhe. 5.000, 6.000, 7.000 Steine werden hier drauf gehen. Wenn das auch reicht. Jetzt kommt ja auch noch das zweite Geschoss. Kommt ja auch noch. Nun wird es einiges sein. Mach mal hier. Ich denke mal jetzt wird er die Moodle nicht mehr reichen. Würde mich wundern, wenn er jetzt nochmal reichen wird. So ist er. Maggots. Und es ist ja eigentlich schon noch voll. So. 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 Oh ja. Deckenhöhe. Haben wir hier erreicht. Sehr schön. Wir haben noch die eine Seite gleich fertig. Das ist natürlich sehr schön. So. 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 Die erste Wand ist zur Zwischendecke fertig. Gut, die werden wir gleich drauf schmeißen. Die erste Wand ist zur Zwischendecke fertig. Wenn die Roten halten, oh, sie halten. Wenn die Roten halten, oh, sie halten. So, gut. Wisst ihr? Wie haben wir denn gebraucht? Wie viel hat sie denn? Ist die andere geschlossen, oder? Oh, da rutscht das. Gut. Wollen wir jetzt erstmal eine andere Leitenträse machen, oder wollen wir hier noch ein bisschen hoch machen? Nö. Ich würde sagen, wir machen die nächste Wand. Ich würde sagen, wir machen die Wand. Wir machen die Wand. Wir machen die Wand. Das ist so unrealistisch, wie ich hier mache, aber ich mache gerne Wand für Wand erstmal. Das würde keiner so machen, weil die Mauer nicht halten würde. Die würde beim ersten Strom umkippen, weil die Hähnen halt hat. Wir sind ja immer noch in dem Spiel. So. Da. 넣eln, das sind ja immer. Das ist eine Räuge. Dann kommt der Haus. Oh, warum will der Rennes tun? Hm. Waaah? Sehr gut. in der nächsten reihe müsste ein Fenster ein Fenster muss auf jeden Fall drin in der Wand Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann haben wir uns mal hier auch ausgerüstet stellen müssen. Okay. 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 So, hier ist es ja auch gut. Denkst. Ich bekomme die Gehebriere. So, gut. Vielen Dank. Oh, ich sehe gerade ein Mensch. Wir sind ja hier schon wieder ein bisschen ganz schön drüber. Gut, dann fände ich es jetzt erstmal hier. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis dahin. Tschau.